Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde Age of the Ring. Wir sind jetzt mal hier in Moria stehen geblieben, wo wir uns den Weg zur großen Halle suchen. Wir haben die Axt Barlins inzwischen gefunden. Jetzt müssen wir nur noch die Trommeln in der Tiefe zerstören und noch vier weitere Schätze finden. Zwergenschätze. Ach, hier geht's rüber. Hey, diese ewige Kamera geht echt auf den Sack. Aber anders kommst du hier teilweise echt nicht zur Rande. So. Okay. Hier geht's nicht weiter, dann müssen wir da. So, vorwärts. Da unten ist Gollum. Cool. Oh ja, Aral, man, nimm mal wieder dein Schwert. Das war ja nur vorhin, einmal kurz, damit du... Ah. Oh ja, Essens, kein Kleinen. Gravely done, Hilary. You're full of surprises, master Wagoner. Okay. So, ich bin jetzt einplayer, dann bin ich. Oh ja, ich bin jetzt antrifüren. Oh ja, ich bin jetzt mal. Oh ja, ich bin jetzt nicht mehr. Da wird es zwar nicht zur großen Halle gehen, das ist klar, weil wir hier jetzt gerade eben viel zu sehr nach oben kommen. Okay, wir haben zwei Eingänge. Einmal hier und einmal da drüben. Ich gehe erstmal da vorne lang. Machen wir wieder Licht hier. So. Diesen Raum gab es auch schon in der Mission damals im ersten Teil. Die haben sich genauso übernommen. Das ist ein Ende. Ich glaube, die können hier schlafen. Genau, und da ist auch der Schatz. Den Soldaten... Oh, I did not think it was possible for these creatures to smell any worse. Our Fellowship has found quite a bounty. Aragorn hat sich den Schatz geschnappt. Das ist gut. Da haben wir jetzt schon drei Charaktere, beziehungsweise vier Charaktere auf Stufe 4. Hier ist auf den nächsten Stufe. Die Dwarfs von Karthusdun waren delighted. Es gibt eine Reckung, eine große Menge. Wir Dwarfs take great pride and joy in documenting our lineage. Through farbranching family trees and tails. Your kin is not so different from ours. Oh, and Dusty people do a tea. Moment. Also, wir haben zwei Türen schon wieder. Nehmen wir mal die hier. Okay, da geht sich durch. Ui! Wo kommen die denn jetzt her? So. Da geht's zwar durch, da kommen wir aber nicht weit. Da geht's zwar durch, da kommen wir aber nicht weit. Weil da steine dann im Weg sind. Okay. Eigentlich liegt das Buch wirklich auf seinem Grab drauf. Oh Okay, rally together reach the second hall With me we must clear the upper floors quickly Unseen Survive until oil arrives reach the second hall find five draw Sie sind durch den Osteingang gebrochen Neules Tier Now we will talk about the days We are proud fighters And you are sure And you are sure You are sure So So There is more than More an army of orcs approaching from the east We cannot win here We must retreat to the second hall To recover our strength Let us make haste Everything appears to be in order Lord Balin, the orcs have taken this passage We must find the way through away from here Lord Balin, the orcs have taken this passage I probably accept it But We can't go in there Let's go Let's go Leave it to us and retreat to safety. Oh, Barlings Expedition. Oh, Barlings ist tot. Die freien Völker sind in den Schatten gestürzt. Das war jetzt irgendwie doof. Da hab ich jetzt nicht drauf aufgepasst. Scheiße. Upsi. Aber dann laden wir einfach nochmal neu. Dann sollten wir einfach mal wieder speichern. Denn wir sind bei Barlings Part angekommen. Müssen wir das nicht so oft machen. Ja, komm, renn's da rüber. Da muss ich eigentlich nicht so viel steuern. Wir müssen kämpfen. Das sind sie. Das sind sie. Das sind sie. Das sind sie. So. Ja. Vorwärts. Das sind sie. 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 Abonniert. Das sind sie. Das sind sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Was war hier der richtige Weg? Ja, war's. Genau, hier hoch, dann kommen wir da zu dem Troll. Kim, die geht weiter und holt sich den Schatz. Huch, da war wohl einer übersehen. Er wird die Sonne nie wiedersehen. Oh, das war nah. Oh, ich dachte, es war möglich, dass diese Kreaturen zu schmerzen. So. Oh. Oh. So. Dann sind jetzt hier die Bücher. So. Reach the second hall. Ach komm. Die Leute hier killen wir noch. So. Erst die in die Zange nehmen und dann die in die Zange vernichten. Gut. Dann speichern wir jetzt. Speichern. Na komm jetzt. Mach schon. Do it. Why don't you do it. Nein. So. Das finde ich auch eine gute Idee. Dass sie das so umgesetzt haben. Dass sie das so umgesetzt haben. So. Dann haben wir die auch gleich gekült. Die paar Horchs hier noch. Ich glaube das waren alle. Gut. Dann warten wir uns einmal kurz bis sich alle geheilt haben. Weil anscheinend können sie das. Ich schätze mal durch die Anwesenheit von... von... 9. Gut. Speichern können wir auch nochmal kurz. Brauchst es zwar theoretisch nicht. Aber... dann müssen wir halt nicht das... äh... wenn wir nochmal verkacken nicht... nicht so weit laufen. Aber gut dass der Befehl... ähm... alle Helden müssen überleben auch für Barling geht ist... gut zu wissen. Und dann wissen wir dass wir auch mit ihm vorsichtiger sein müssen. Sprechern dauert schon wieder so... ich wie ich. Dankeschön. So. You find another way. We must find the way through away from here. My lady. Everything appears to be in order. Oh no. You can't. You can't. You can't. You must die. What is that one? So. Jetzt müssen wir Barlinge im Auge behalten. Dass der nicht stirbt. Irgendwas hat der eben... Komplett vernichtet. Na komm. Moria Orcs Creature. Na komm. Moria Orcs Creature. Vernichtet sie. So. So. we know that you see. I can't wait for it. Here." which hbsite worthwhile. Fine". Malha重. Make theéréal winters, Oh no. Retreat along the east road. We will hold them off. Okay. Now now let's go to west. Help us, clear this passage. Okay, das dürfen wir jetzt anscheinend machen. Ja, aber nach unten geht es nicht weiter, weil da sind Steine. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's play the Herr der Ringe, Schlacht und Mittlerer, Aufstieg, nein, Age of the Ring. Bis dahin und tschüss.